servus und herzlich willkommen hier war maas 90 und vielen dank fürs einschalten wir sind wieder auf dem ptr unterwegs zu patch 9.2 und heute testen wir mal ein bisschen ja das neue torgast system was ich im vorfeld einfach schon sagen kann extremst abfeiert ist wirklich sehr cool geworden und zwar the jailers gauntlet ich glaube übersetzt irgendwas keine ahnung kerkermalser keine ahnung wissen wir noch weiß ich gerade nicht auswendig und zwar ist es neben den gewundenen korridoren dort kann man ganz normal reingehen ist es durchgehend die ganze zeit offen und wir haben acht stockwerke wieder zur verfügung in acht ebenen also das heißt ihr geht in ebene 1 rein habt ihr acht stockwerke die ihr bewältigen müsst und dann seid ihr am ende aber was macht das so anders und was macht es so toll und zwar ihr kämpft nur gegen bosse ihr habt kein trash ihr habt nichts ihr habt ebene für ebene nur bosse sonst nichts ihr bekommt ein haufen anima bonis ihr bekommt automatisch wenn ihr eine ein stockwerk abgeschlossen habt bekommt ihr phylakterium womit ihr dann auf der nächsten ebene euch noch mehr anima boni kaufen können ich bin jetzt hier einfach durch geraten habe mir immer nur für fünf phylakterien diese oder fünf asche da diese boni gekauft und habe gedacht vielleicht kommt auf ebene acht ja noch was zum kaufen die transmog mäßig oder so kam nix deswegen bin ich mit über 1000 punkten rausgegangen wichtig hier dran ist die kiste der zahllosen dinge hat hier drin gar keinerlei auswirkung und es wird auch hier empfohlen eher mit einer gruppe reinzugehen als alleine ich bin jetzt hier in ebene eins drin gewesen ebene eins ist für gs 170 gewesen und ihr werdet sehen im video beim end boss kann ich kam nicht ins schwitzen aber er hört auch schief ausgehen können also ich will gar nicht wissen wie das ist stockwerk 8 oder ebene 8 die letzte schwierigkeit die man hier freischalten kann ist für gs 280 ausgelegt was ich mir denke ziemlich knackig vorstellen kann außerdem bekommt man wieder rewards wie in den gewundenen korridoren wahrscheinlich wird es ja auch ein mount geben ich habe es noch nicht safe raus auf der zweiten ebene bekommt man schon ein pet und man auch die die anima boni sind sehr speziell denn man kriegt eigentlich bei jedem wenn man reingeht bekommt man direkt drei anima zellen die alle episch sind dann besiegt man den boss bekommt noch eine epische dann vom rüber gehen in die nächste ebene oder nächste stockwerk kommt auch noch mal eine epische zelle und so weiter also ihr werdet ausgerüstet bis zum geht nicht mehr macht spaß bis zum geht nicht mehr es ist schnell bis zum geht nicht mehr ich war jetzt mit ein bisschen gucken hier und da nicht wirklich speedrun oder so aber ich habe knapp zehn minuten gebraucht und habe diese ebene 1 erledigt gab natürlich wieder für ist für gs 170 ich bin mit gs 252 da rein komplettes tier set an kann man natürlich nicht vergleichen aber ich denke wenn man hier mit einer gruppe reingeht könnte das schon wild werden und spaßig sein die bosse sind allesamt die bosse die wir aus torgas schon kennen vor allem cool ist ich weiß nicht ob man in höheren ebenen noch mehr bekommt oder anderes zeug bekommt das werde ich dann noch mal nachreichen oder in die kommentare schreiben wenn man da ein bisschen mehr zu weiß aber ich habe zum abschluss 1300 seelen asche bekommen das heißt zehn minuten also selbst wenn ihr nur für eure twings irgendwie noch kleine lechis bauen wollt und nicht direkt dann die die zerriff mortis lechis bauen wollt ist das hier the way to go wirklich wenn jetzt hier auch noch renown stufen also rumstufen gibt und ihr wollt noch irgendwie alte pakte hoch farmen dann ja rein ebene 1 und gib ihn schneller rumpf stufen farmen ist in der theorie dann eigentlich nicht mehr möglich weil das ist wirklich insane gewesen vom tempo und vom spaßfaktor her auch die bosse sind wirklich cool man kennt sie man hat so seine sachen die man nutzen kann ich denke es ist ein ganz cooles feature und ich muss sagen das hätte ich gerne am anfang in torgas gehabt ganz im ernst so habe ich mir torgas auch ein bisschen vorgestellt dass man auch so ein bisschen speedrun mäßig machen kann es ist auf jeden fall cool ich denke es wird anspruchsvoll man wird es wahrscheinlich ein paar klassen werden es wieder einfacher haben mit gewissen anima zellen ein paar klassen wenn es ein bisschen schwieriger haben das ist halt klar aber es ist ziemlich cool und es macht echt spaß was ihr aufpassen müsst im so höher ihr kommt von den stockwerken im so mehr bosse stehen da auch oder wenn ihr ein boss legt dann kommt irgendwie noch ein 2000 portal hinzu oder 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 war aber eigentlich ganz nice und es wie gesagt es hat spaß gemacht kann man sich darauf freuen ist ein cooles neues feature oben auf jeden fall seelen asche für twinks zu fahren und natürlich wenn es hier pets mounts oder sonst was gibt kriegt man dann ja kann man das hier auch sehr gut machen ich freue mich auf dieses feature und habe auf jeden fall mein spaß dort drin wie findet ihr das was sagt ihr dazu schreibt es mir doch bitte gerne in die kommentare und hoffe euch hat das video gefallen wenn ja daumen nach oben gerne ein abo da lassen hier gibt es natürlich immer wieder die news zu geiz lohr zur zum ptr zu allem möglichen rund um world of warcraft und damit einen schönen abend ja 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 ja